ARD Text im Auftrag von Funk 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 Aber was ist das gemacht? Es hat Spaß gemacht. Aber darauf jetzt erstmal ein schönes Schlückchen Kakao. Aber egal, wir waren einigermaßen ausgeglichen. Ich war sogar ein bisschen besser als du. Sag wer? Ich? Weil? Weil Schaden. So ne, du hattest mehr Geld, ich hatte mehr XP. Me egal. Das ist scheiße. Genau die selbe Skillung. Na lang? Nö, da können wir eh nicht weiter, oder? Einmal reingucken. Ja, hier kommt, hier wir, da kommen wir nicht weitermachen. Ja, stimmt. Ja, klar. Gehen hoch. De, 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 de. Meinst, norm. Nicht wieder dieser Schnapper. Scheiße, beide selben Idee. Oh. Mann. Ich sollte mein Kroko werden. Alle tot. Ja, geil, voll ist ja Gewaltigungsorgie. Help! Loll. Weitere selbe Idee. Boah. Zehn Schaden machen ist schon geil. Ich bin schon zu sechs. Ach, komm verarsch mich, ey. Ihr wisst gar nichts. Ähm. Ja, geil. Ich bin nämlich wegen einer Münze und bekreste fünf. Loll. Die rote Zahlen. Nimm alles. Komm. Nimm alles. Komm. Ihr stellt mich einfach in die Ecke und macht gar nichts. Okay, egal was hier kommt, ich nimm's. Oh, da. Was ist dahinter? Ach, Eule will ich nicht. Zamburg ist besser. Ich hab ja auch was übrig zu lassen, weißt? Mein Kroko, mein Kroko. Nein, mein Kroko. Nein, mein Kroko, mein Kroko. Nein, mein Kroko, mein Kroko, mein Kroko, mein Kroko, mein Kroko. Was ist das? Meinst du? Ja, das war letztes Mal auch der Ecke. Verscheiße. Ah, aber wo scheiße. Das ist ja scheiß bald wieder. Ach so, ja. Warte, wo ist es? Wo ist es? Da. Alter. Zu Tore geschissen! Alter! So möchte ich sterben. Ah, tolle. Toll! Hammer gegen Hammer getauscht, sagst du? Das ist voll der Hammer. Meine. Mein's? Oh, Alter. Hatte mich irgendwo gesleckt. Alter. Alter. Bin gleich tot. Alter. Schon wieder? Ich bin tot. Oh, Alter, nein. Der hat mich gerade mit dem Bogen weggesnackt. Macht das ordentlich. Naja. Ordentlich ist ja was anderes. Komm mal besser. Ich mach gar nicht mehr duschen. Oh. Geil. Was machst du mit duschen? Hat dich wieder vollgekackt. So, jetzt kriegt man das Seepferdchen dann. An dieser Stelle. Damit kann man sich dann schneller am Wasser bewegen. Das ist voll nutzlich und so. Ich hoffe, die Ironie fällt an dieser Stelle nicht zu sehr auf. Aber das war ein Easygegner. Ich glaub, man kann hier auch einfach umrennen, oder? Trifft das doch. Genau, der HaHaHa. Ach, geil. Ich will... Wie? Egal, komm jetzt. Dahinter ist doch ganz eindeutig ein Viech. Ja, aber komm jetzt. Alter. Alter, geil. Komm, jetzt. Man kann auch während man Magie aktiviert hat, die ganze Zeit zwischendurch noch andere Sachen hauen. Andere Waffe. Toll. Das war voll die Extremwaffe. Nee. Klar. Nee. Könntest du gar nicht halten mit Level 3 sonst. Ich sollte das jetzt eigentlich so als Gegner an erinnern, aber scheiße, dass ich auch ein... Ja, komm. Oh, das Ding ist einfach durchgelaufen. Hier wird er die Frauen verprügeln. Malz, malz. Alter. Oh, leil. Hat das gar nicht genommen. Bosskampf. Einfach reingehen, alles verprügeln. Ich sieh mich gar nicht. Boah, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Aber endlich. Achso, warst du schon? Schon längst. Ich dachte, ich hätte dich jetzt eingeholen. Nein, Mann. Was kommt denn daher, dass du ständig vorläufst? Was kommt denn daher, dass du ständig vorläufst? Das, nimm das, nimm das. Nimm das. Und ich mach den Kill. 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 Ich war das von der Po. Es war relativ egal, wer das war. Oh, jetzt kommt das Meditieren wieder. Boah, das ist gut, wenn man wieder Sachen vergessen hat, da kann man immer wieder drüber lachen. Keine Gummibärchen mehr, einfach mal scheiß. Ja, hast du dir gemerkt? Ne, ich spring einfach nur auf Urglück die ganze Zeit. Hast du letztes Mal auch gemacht? Ja. Ich bleib gleich wieder bei den scheiß Türen verpacken, übrigens. Ja. 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 Die erste Typ. Ich hatte die nächste Krise auch nicht. Ne. Ach du. Haben wir schon gesprungen, ne? Ne. Ich hab noch keinmal versagt. Das ist eigentlich voll einfach, wenn man es einmal kann. Geil. Ne. Ah, scheiß. Oh, scheiß, jetzt hab ich nicht drauf gehofft. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, jetzt muss ich unseren Arsch hier retten, wenn du ständig stirbst. Alter. Ist eigentlich aufgefallen, dass das Reh da vorne die ganze Zeit am Scheißen ist. Ja. Das ist der Antrieb von dem Fee, siehst du ja nicht. Warp-Antrieb 2.0. Die ganzen Öko-Fritzen würden sich über diesen Antrieb voll freuen. Ah, das wäre wie Mafi. Das Leiden wir mal vor der Scheiß. Das ist wieder diese verkritte Meins. Loll. Wahrlich ist Meins. Keine Ahnung. Lomm. Loll, direkt down. Loll, lag. Loll. So, aufgegangen. Ein weiterer Kill mir zu verdanken. Nein, nein, nein. Jetzt... Oh. Stirb, stirb, stirb. Ja. Au, au, au. Die ganzen Reihen. Stärb. Stärb doch einfach. So, geht doch. Oh, ich weiß auch, wie wir mit dem Ersten unsere... ...voll die Probleme hatten. Willst du mir mal Früchte saßen? He. Oh lol, fängt das wieder an. Na kaputt. Au. Ihr spielt einfach mal ne halbe Stunde. Halt aufiles Mal. Ich habe es in großen Aufnung. wie, wenn... Ich habe alles in das αυτ damn Haus.